Nö. Am 2.4. habe ich mit Edos ein Hühnchen zu rupsen. Das ist Edos 18. Ah. Ja, ja. Lol. Das ist wirklich, das ist interessant. Da muss ich Edos zum Mann machen. Edos wird besoffen zum Mann. Was? Wollte ich nicht. Ne, also Edos ist schon lange gehypt auf seinen 18. Geburtstag. Kommt er nach Berlin und dann, ich weiß nicht, ich muss ihn irgendwie zum Mann machen. Aber nicht, dass der Mann sich zu viel Druck macht. Ohne zu bezahlen, natürlich. Aber ich sage dir ehrlich, der Mann macht sich vielleicht ein bisschen zu viel Druck da. Der soll da ganz entspannt an die Sache rangehen. Ne, komm, ne. Stripclub, Vokado, nein, nein, nicht sowas. Hab ich, Bruder. Der muss irgendwie das entspannter machen. Der macht sich so viel Druck, der denkt am 2.4. stehen alle da hier breitbeinig vor der Straße. So wird es nicht sein. Jeden Tag höre ich von ihm 2.4. Ja, was soll da passieren, Digga, 2.4. Wenn er am 2., ob er am 1.4. oder niemanden anspricht oder am 2.4., das wird kein Unterschied sein. Das wird kein Unterschied sein. William. Am 2.4. wird gar nichts passieren. Digga, er muss die halt ja trotzdem ansprechen. Ob er am 1.4. oder am 2.4. Ich werde ganz viele Mädchen auf ihn schicken. Ja, oder so. Digga, der kann einfach in den Club gehen. Ich bin einfach da will ich sein, Digga. Oh Gott, oh Gott. Also da bin ich sehr gespannt. Sidney, der Mann war noch nicht mal bei Subway, Digga. Ich habe ja was. Ja, er war noch nicht mal bei Subway. Ja, der hat so viel nachzuholen, der Junge. Er weiß einfach nicht, was Chicken Teriyaki ist. Digga, er hat noch nie ein Steak gegessen. 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 Er hat noch nie ein Sub gegessen. Stell dir das vor, Digga. Dreier. Er ist also... Im Nullfall gibt es den Dreier. Digga, also wenn das passiert, ne. Der klatscht. Der wurde dieses Älteres mit so einer Stange vor dir. Digga, das muss ich mir rücken. Oh, Willi, guck mal wie groß es ist. Digga, wer hat denn da sein scheiß N-Mikor an? Also ich... Oh, das sieht so groß aus. Das sieht so groß aus. Was passiert hier? Spiel, Spiel. Und ich war's nie. Widfeierst das. Das ist schön. Ich sch baue. Untertitel.